Schön, dass Sie bei diesen hochsommerlichen Temperaturen hier bei uns im wunderschönen Strandbad sind, um mit uns gemeinsam den 1. August zu feiern und gemütlich ein bisschen zusammen zu sein, zu grillieren und zu plöderlen. «America first» Wir alle kennen mittlerweile den Spruch vom mächtigsten Mann der Welt. Das war sein Wahlslogan, sein Wahlspruch. Und er nützt den immer noch, heute wieder, fast bei jeder Gelegenheit, einen von diesen wenigen Versprechen, die der amerikanische Präsident wirklich einhalten. Und dieses Versprechen hat es in sich. Laut Wikipedia ist es nicht nur ein politischer Slogan, sondern auch eine grundsätzliche Denkweise. Sie beinhaltet Isolation und Protektionismus, keine Interventionen, sich nicht einmischen. Wenn kleine, unbedeutende Länder oder andere Einrichtungen nach dieser Prämisse leben und handeln, kann das die Welt gut verkraften. Aber wenn die grösste und wichtigste Weltmacht nach dieser Formel lebt, haben wir ein Problem. Grösse und Macht verpflichtet und nicht jeder Mann ist in der Lage, auf dieser Ebene zu steuern, Vorgaben zu machen und zu sagen, wo die Reise hingeht. Die USA kann das. Aber mit dem Spruch, America first, wenden sie sich von dieser Berufung ab und schauen nur noch für sich. Das Verhalten hat mindestens zwei Probleme. In der Regel wird ein Vakuum, das sich aus einer Passivität ergibt, durch andere ausgefüllt. Steht uns eine Ablösung, die die USA als Weltmacht bevor? Und wenn ja, durch wer? Das zweite Problem, in meinen Augen noch, ist aber viel gefährlicher. Aktuell weisen die USA mit dieser Denkweise beachtenswerte Resultate und Zahlen aus. Ob diese tatsächlich korrekt sind oder ob sie in die bekannte Kategorie der Fake News gehören, lasse ich mal hier im Raum stehen. Aber immerhin werden die Ergebnisse aus dieser Strategie immer wieder erwähnt und als Rechtfertigung benutzt. Warum nicht also auf diesen Zug aufspringen und dieses grandioses Erfolgsmodell auch anwenden, quasi copy-paste? Auch hier bei uns nur noch zuerst für sich schauen. Die Schweiz zuerst, der Kanton Luzern zuerst, die Sorsi zuerst, meine Familie zuerst und ich zuerst. Egoismus in Reinkultur als Erfolgsmodell. Und Amerika zeigt es, es geht ja recht gut. Rekorde in dem Wirtschaftswachstum, Rekorde in der tiefen Arbeitslosenzahlen, Rekorde beim privaten Konsum. Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Also nicht auch bei uns. Und in der Tat, auch wir haben diverse Ansätze, die wir erkennen können. Parteien mit isolatorischem und protektionistischem Gedankengut florieren. Dass dabei der freie Handel leidet, interessiert nicht. Teile der Landwirtschaft, die ihre Probleme mit Zöll- und Grenzschutz lösen wollen. Wer dabei die Verlierer ist, interessiert nicht. Prämienzahler, sei das von Krankenkassen, AHV, IV oder anderen Errungenschaften von unserem Schweizer Sozialwerk, sind immer weniger bereit, solidarisch den Beitrag zu zahlen. Wer auf der Strecke bleibt, interessiert nicht. Und wir erleben das zum Teil auch hier zu Hause. Man will verdichten, aber bitte nicht in meinem Quartier. Man will ein lebendiges Städtchen, aber sicher nicht dann, wenn ich schlafen will. Man will in kürzester Zeit schnell und direkt mit Auto, Zug und Flugzeug überall herkommen. Aber Stau, Lärm und Abgas vor meiner Wohnung, das geht gar nicht. Natürlich sind diese Forderungen nachvollziehbar. Sie sind, wie man so schön sagt, einfach menschlich. Auch ich habe mich schon erwischt, wenn ich auf dieser Welle geritten bin. Aber man muss auch von Zeit zu Zeit wieder von dieser Welle runterkommen und einfach eingesehen, dass es nicht aufgeht. Wir haben es in der Schweiz mit unserer Lebensart und unserer Denkweise sehr weit gebracht. Darum bin ich auch für die Zukunft zuversichtlich. Wir Schweizer sind grundsätzlich friedliebend, bescheiden und trotzdem sehr weltoffen. Wir haben es über Jahre, Jahrzehnte geschickt und mit sicher auch viel Glück geschafft, Konflikte zu vermeiden. Wir haben über Jahrzehnte ein Verhalten an den Tag gelegt, das uns weltweit sympathisch und zurückhaltend erscheinen lässt. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Wir sind einfach, ob jetzt aus Genf, aus Belinzona oder aus Sorsi, wir sind einfach nett. Wir haben über Jahrzehnte erreicht, uns über solide Leistung einen Namen zu machen und weltweit Massstabe bezüglich Verlässlichkeit, Präzision und Qualität zu setzen. Und, last but not least, es ist eine grundsätzliche Haltung, die uns drin ist, der Gesellschaft, in der wir drin sind, auch wieder etwas zurückzugeben wollen. Das sind Eigenschaften, die tief in uns drin stecken. Und wir erinnern uns immer wieder daran, in unserem täglichen Leben und wenn es um den Status geht, den wir mit diesem Wohlstand erreicht haben. Was andere Länder ausprobieren, sollte uns nicht wirklich kümmern. Unsere Aufgabe ist es, an unserem bewährten Erfolgsmodell festzuhalten, das zu pflegen, weiterzuentwickeln, zu verfeinern und der ganzen Welt zu zeigen, dass es erfolgreich funktioniert. Ohne Isolation, ohne Protektionismus und ohne egoistisches Verhalten. Und ich bin überzeugt, mit dem Vorleben dieses Modells werden wir immer wieder beachtet. Und der eine oder der andere, der am herumschauen ist, wegen Kopieren, wird unser Werk beachten, das wir seit Jahrhunderten erfolgreich gönnen und wir uns darauf orientieren. Bewährt zu pflegen und zu verfeinern, offen und grosszügig sein und sich für das Gemeinwohl einsetzen. In diesem Sinne, ganz schönen 1. August. Merci vielmals.